Keiner kann hundertprozentig vorsagen, wie die Impfstoffe wirken. Wenn niemand voraussagen kann, wie dieser Impfstoff wirkt, was für eine Qualität von Impfstoff soll das sein? Da gibt es keine genaue Treffsicherheit. Und deswegen kommen wir gerade in den ersten Monaten des neuen Jahres da wieder in eine spannende Herausforderung. Deswegen müssen wir uns da vorausschauend beschäftigen. Unser Söder auf der Treffsicht. Sie zu Jahresbeginn eine spannende Situation. Das ist toll. Ich habe eher das Gefühl, er sieht ein bisschen zu tief ins Glas, aber okay. Wie wäre es zuzugeben, dass eure regierungstreuen Wissenschaftler SternchenInnen es noch immer nicht gepackt haben, innerhalb von knapp zwei Jahren einen Impfstoff zu entwickeln, der sowohl den Geimpften als auch seinen Mitmenschen dauerhaft schützt. Aber damit lässt sich wohl kein Geld verdienen. Deswegen gibt es nur die eine Möglichkeit, so viel boostern wie es geht und gleichzeitig so schnell einen Omikron-Impfstoff zu entwickeln. Und natürlich ist es für den Alpendiktator mal wieder alternativlos. Er setzt auf einen, nur ein paar Wochen wirkenden, heiligen Stecher. Stechen, bis der Arzt kommt. Oh nee, der ist ja schon da. Und wenn der dann da ist, auch zu verimpfen. Du musst sozusagen die gesamte Impflogistik und Impfstrategie für das nächste halbe Jahr in diesen beiden Herausforderungen mit Boostern und dann möglicherweise eine Neuimpfung dann nochmal zusätzlich für Omikron machen. Also für mich klingt das so, als ob auch nach diesen sechs Monaten das Murmeltier täglich grüßen wird. Auf alle Fälle höre ich die Kassenklingeln der Pharma, der Krankenhäuser, der Apotheker SternchenInnen, der Medien, der Presseagenturen und die Kasse von dem hier. Aber ach, lassen wir das. Ich weiß, dass da viele Leute sehr beschwert werden und sagen, Mensch, da muss ich mir vielleicht drei, viermal impfen lassen. Aber es bleibt dabei. Ein Mini-Piks. Ein Mini-Piks. Naja, das ist bei Weitem keiner, wenn es sich um einen nur vorläufig und bedingt zugelassenen Impfstoff handelt. Also erst denken, dann reden, Einstein. Schützt vor allen möglichen an großen Gefahren. Deswegen kann man nur sagen, positiv. Deswegen meine ich auch, dass ich jetzt Josu Kimmich impfen lassen will. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Und man merkt ja, dass sie einen Prozess hinter sich hat. Und ich finde gut, dass man diesen Prozess auch abbildet. Vielleicht kann es der Impfkampagne mehr helfen. Als vieles andere, wobei ich Ihnen auch sagen möchte, wir brauchen die Impfpflicht so oder so. An der geht nichts vorbei. Und was immer man von dem Gesetz halten mag, man muss ihn gehorchen. Das ist in der Demokratie wichtig. Finde heraus, wer davon profitiert und... Äh... 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 Äh...